Herzlich Willkommen zurück zu Castlevania Lords of Shadow. Ja, wir sind das letzte Mal kurz vorm Feuerfriedhof stehen geblieben und dort begeben wir uns jetzt auch hin. Das war nicht in vain. Jetzt unser Warrior of Light kann es zu sein, seine Finalen Destiny zu sein. Der Lord von den dead ist der Most Powerful von den Lords of Shadow. Gabriel will need every ounce of his being to defeat him. Ich worry für ihn, though. His mind ist tired, broken, even. Er questions his faith. Er questions his heart. Kann er succeed? Komm, mein Freund, nur ein bisschen weiter und du wirst wieder deine Marie sehen. Ähm, hinzu kommt, dass ich Castlevania noch nie mit diesem Controller gespielt habe, den ich gerade benutze. Und ich hoffe, das klappt alles, was ich jetzt hier machen muss. Das Schlimmste ist, dass ich Castlevania auch schon wieder länger nicht gezockt habe. Ich lasse dieses Projekt ein bisschen schleifen, obwohl es ein schönes Spiel ist. Äh, ich versuche das jetzt auch noch komplett aufzunehmen. Wo muss ich hin? Muss ich runter? Muss ich hin? Dahin? Ah, dahin. Okay. Damit ich keine Upload-Pausen mehr drin habe. Ich habe jetzt gerade schon wieder eine Upload-Pause drin, das tut mir auch leid. Und das versuche ich jetzt zu umgehen. Ist das ein Grabstein? Ich weiß es nicht. Egal. Oh. Ja, wir sind auf einem Friedhof. Da erwarten uns natürlich auch ein paar Leichen. Was seid ihr denn? Seid ihr Mumien? Nee, Zombies. Okay. Auch Zombies sind das. Okay. Hatten wir nicht schon mal Zombies? Nee, Ghula hatten wir, ne? Naja. Na gut. Die Musik hier ist schön. Ach, guck mal. Was haben wir denn da drin? Ah, Dolche. Ich habe kein Weihwasser, keine Schmetterlinge und keinen Stein. Das ist natürlich, äh, eine super Voraussetzung. Kann man hier... Ah, man kann die Steine kaputt hauen. Da könnte ja wieder was drin liegen. Also, umgeben und kaputt hauen. Muss ich jetzt wohl gerade machen. Okay. Äh, da hinten liegt eine Leiche. Die wollen wir haben. Wahrscheinlich ist die eh... ...geplant, dass man die einsammelt und wird keinen Stein beinhalten. So. Komm, lauf. Lauf! 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 Oh, mit dem Controller, mit dem neuen ist das ein bisschen... ...komplizierter. So, jetzt lauf. Lauf, Gabriel, lauf! Natürlich! Was war das denn, Gabriel? Nochmal! Wieso hört er denn vorher auf? Bin ich zu weit gelaufen? Wie hat er nicht das gemacht, was er sollte? So. Jetzt aber, Gabriel. Reicht das? Boah, das reicht ge... Oh, shit. 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 Hauen die Zombies kaputt. Die sind nicht geil. Nein. Ganz und gar nicht. Oh, Gott. Sind das viele. Und die halten so viel aus. Was ist hier los? So. Ey, da ist noch einer. Ah, Weihwasser. Super. Komm, peitsch sie aus. So. Mein Gott. Die sind nicht nett. Äh. Muss ich da so rüberspringen? Habe ich was verpasst? Ähm. Huch. Da spinnt die Kamera ein bisschen. Muss ich hier wieder hoch, ja? Dann lass mich auch da hoch. Lass mich da hoch. So. Kann ich hier lang? Was ist denn hier? Nö, da kann ich nicht lang. Ich muss da rüberspringen. Aber so weit kam ich doch jetzt nicht. Oder bin ich zu früh gesprungen? Da. Ach, da ist ne Kante. Mein Gott. Hätte man mir auch sagen können. So kann ich denn da nicht rüberspringen? Wieso muss man dann hier so... Hä? Wieso muss ich hier so umständig klettern? Das ist doch ekelhaft. Geht doch. Mein Gott. So, hallo. Ein Stein? Tatsächlich? Okay. Nehme ich gerne. Ein roter wäre schön gewesen. Ich weiß nämlich nicht, wie viele rote ich habe. Vielleicht hätte ich dann wieder rote Magie vollgekriegt. Wo muss ich denn jetzt hin? Geht's hier gar nicht weiter? Hä? Wo muss ich denn hin? Ist das hier optional? Moment. Wo muss ich hin? Geht's hier links weiter? Ach, hier links geht's weiter. Ah, das war optional. Okay. Ich dachte, da geht's richtig weiter. Na gut. Nehmen wir halt die optionalen Wege. Ich find's nicht gut, dass alles hinter uns zusammenstürzt. Ganz und gar nicht. Okay. Ich hab Angst, dass ich die falschen Knöpfe drücke. Äh, wo muss ich denn... Ah, jetzt häng ich hier an der Kante. Okay. So. Hier sind ein paar Steine, die wir kaputt haben können. Hoffentlich kommen mal Items raus. Ah, da hinten ist ein Jungbrunnen. Oh, was ist los? Diese Musik. Du drehst ja durch. Mein Gott. Da denkst du, hier passiert wer weiß was. Ist da unten Lava? Ich glaube, ich muss einen weiten Sprung machen. Okay. Moment. Und los. Verkack's nicht, Gabriel. Oh, Inside-Lupe. Oh, ich brauch noch nicht mal den Hängepunkt. Oh, nein. Nein. Nicht hier. Nicht hier. Ah. Ja, danke. Ja, danke. Ja, das Mistvieh stellt uns auch noch vor ein Rätsel, was wir jetzt erst lösen müssen, um an unsere Sachen wieder zu kommen. Ja, endlich! Es hat mich tagelang harte Arbeit gekostet, aber ich habe einen Weg gefunden, die drei Schlösser des großen Vogelkäfigs zu schließen. Es war so einfach. Ich brauchte nur einen Energiekristall, um die Schlüssel zu betätigen. Jetzt müssen die anderen Ritter die Kreatur hierher locken, damit wir sie darin einsperren und aus diesem verfluchten Friedhof verschwinden können. Ja. Das Rätsel wollen wir natürlich lösen. Ich glaube, es fängt schon damit an, dass ich den hier einfach nur darüber schlagen muss. Äh. Ach, sag nicht hot hot. Ich weiß, wo du bist. Äh, wie konnte ich nochmal schlagen? Ich kann das nicht mehr. Oh, und die Steuerung kann ich auch nicht mehr. So. Nee. Nee. Äh, so nicht. Ah, so. Okay. Alles klar. Was ist das hier? Dieses Gerät ist kaputt. Okay. Hier nehmen wir uns ein... Ah, Zombies laufen mir rum. Nicht gut. Gar nicht geil. Hau ab. Ich habe keinen Bock auf euch. Nicht wirklich. Muss ich hier so ein... ...Kristall einsetzen? Ja, genau. Und da kommen die Kristalle rein und leuchtet das alles. Und diese Dinger fangen an zu leuchten. Und ich kann die drehen. Aber ich glaube nicht so, wie ich will. Nee, die gehen immer nur in einem bestimmten Radius. Ja, okay. Wenn ich die auf den... ...halte... ...leuchtet... ...öö, leuchtet der mit. Ja. So läuft das hier. Was haben wir hier? Noch eine Schriftrolle. Die öffnen wir natürlich einmal. ...für die Leute, die lesen wollen. Und ich kann den, glaube ich, drehen. Und damit wäre der Erste schon angeleuchtet. Jawohl. Das Gute ist, die bleiben kaputt. Da kommen Zombies. Ähm, die bleiben kaputt und wir müssen da nicht jetzt drei Laser hinschicken. Das wäre dann noch schwerer. Ich bin dafür, dass ihr alle mal sterbt hier. Ihr seid ganz schön nervig. Was macht ihr hier? Geht alle weg? So. Ach, diese... ...Chabakabras. Geht mir sehr auf den Sack. Ja, ich weiß, dass du da bist. Ach, geht mir doch nicht auf den Nerven. Auf den Nerven. Ihr kackt Zombies. Als ob ihr mich hier umbringen könntet. Was ist das hier? Was hat das jetzt gemacht? Ich habe keine Ahnung. Kann ich die alten dunklen... ...Kristalle wieder mitnehmen? Ist das hier... Halt die Klappe. Mein Gott. Was ist denn hier hinten? Okay. Hier brauche ich erstmal eine Kräfte. Alles klar. Hier ist noch ein Jungbrunnen. Was gibt es hier noch? Hier gibt es bestimmt irgendwo noch eine Leiche versteckt, die man sammeln kann. Aber naja. Hier muss ein Kristall rein. Ich nehme jetzt erstmal hinten den Kristall wieder raus. Ich glaube, den brauche ich da hinten nicht mehr. Sind da wieder Zombies, ey. Halt die Klappe. Ich hasse die Viecher so. Die nerven so dermaßen. Ich lasse einen in Ruhe lassen. So. Was haben wir hier? Einen grünen Kristall. Das ist gut. Och, haut doch ab. Kann ich den hier rausnehmen? Sehr gut. Das geht. Sind das alles Jungbrunnen hier? Sieht so aus, ne? Naja. Okay. Dann tun wir den nächsten jetzt da hinten rein. Ich versuche einfach mal diesen... ...nervigen Gesellen zu ignorieren. Auch wenn man das viel derbst auf den Nerven geht. So, wo ist denn hier der Anschluss? Mal hier lang. Achso, den habe ich gerade rausgenommen. Okay. Der ist kaputt. Leider. Sonst wäre das auch alles viel zu einfach. So. Oh, die sind aber noch schnell für Zombies. Och, geht mir doch nicht auf den Nerv. Ihr macht doch kaum Schaden. Also macht ihr wirklich nicht. So, rein damit. Und... Schlag. Achso, die kann ich so schlagen. Oh, cool. Nein. Boah, geh mir... Ach, ich kann ihn doch nicht ignorieren. Das ist mir zu nervig teilweise. So. Du stirbst. So. Jetzt leuchte ich da hin. Ich glaube, ich muss mit dem... ...irgendwohin... Aua. Irgendwohin strahlen? Ja, hier schon mal nicht. Das ist schon mal dumm. Hier nicht. Geh mir nicht auf den Nerven. Die Zombies nerven und... ...der Gesell im Kä... Ups. Der Gesell im Käfig nervt. Äh. Nein. Nicht zurückrollen. Bleib da hinten. Ich brauche dich da hinten am Leuchten. So, jetzt ist nur die Frage, wohin du leuchten musst. Da hinten, glaube ich. Da ist noch eine Lücke. Ach, nerv nicht, du Zombie. Du nervst. Ja, hier. Okay. Dem kann ich dann das Gesicht ausmachen. Hau ab. Mein Gott. So, und jetzt rüber mit dir. Ist du jetzt am Leuchten? Jawohl. Gut. Dich drehen wir jetzt einmal. Und zwar dahin. Jetzt drehe ich dich, glaube ich, da hin. Ah, ne. Bringt ja nix. So, und jetzt muss ich, glaube ich, über zwei Laser... ...den irgendwo anders hinbringen. Boah, nervt der. Ist hier hinten irgendwo noch ein runder Punkt, wo der lasern würde? Ja, hier hinten. Okay, dann brauche ich den hier hinten. Dann muss ich den Kristall da wieder rausnehmen. Das sind Zombies. Die lernen es aber auch nicht, ne? So, raus mit dir. Geh mir nicht auf den Nerv. Einfach über die drüber hüpfen. Eh nicht schnell genug, mich zu kriegen. Gut. Och. Vor allem macht ihr kaum Schaden. Ihr geht mir so auf den Sack. Ihr seid nur darum zu nerven. Für mehr seid ihr gar nicht da. So, dann mal den darüber. Aua. Mein Gott. So. Nervt nicht. Uh, jetzt werde ich fast ins Feuer gesprungen. So. Wo muss ich mit dir hin? Ach, reicht das schon? Ah, okay. Doch so leicht. Na gut. Tja, mein Freund. Das war's mit dir. Die Kristall nehme ich übrigens wieder mit. Ja, ich hab dich gleich. Warte. Den Kristall möchte ich nämlich behalten. Kann ich den nicht rausnehmen? Den möchte ich mitnehmen. Den lasse ich mir nicht hingehen. So. Jetzt machen wir erstmal die Zombies da weg, die mich nerven. Oh, ja. Ich hab dich gleich. Und gleich lachst du nicht mehr, dann weinst du wieder. So. Geht mir aus dem Weg. Ich hol dich jetzt. Ja, ja. Komm her. Gib her. Dankeschön. Halleluja. Du ist Rätsel. Aber naja. War noch ganz easy. Warum dampft das da so? Ach so. Die Zombies kommen raus. Na toll. Und nicht wenige, ey. Was ist hier los? Party? Ist ja ätzend. Boah, wie viele. Haupp mal alle ab, ey. Ist ja schrecklich mit euch. Vor allem. Boah, wie viele. Was ist hier los? Haupp mal alle ab. Mein Gott. Jetzt ist aber. Wie viele kommen denn hier? Kann ich die nicht töten oder was? Boah, kommen immer so viele. Die kommen neu. Alle. Boah, ätzend. So, alle weg. So, was ist das hier? Okay. Äh. Das wollte ich gar nicht. Scheiße. Wie schlage ich nochmal mit dem Gong? Nee, so nicht. Moment. Okay, so. Okay. Zaut da ab. Äh. Aua, 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 aua. Hä? Alter, seid ihr nervig. Boah, scheiße. Hä? Kann so machen. Wieso benutzt du den nicht, Gabriel? Ähm. Muss ich mit der roten Magie draufhauen, weil ich hier so einen Brunnen kriege? Was ist los? Irgendwas spinnt hier. Naja. Wahrscheinlich wieder mal Controller, weil der Akku leer ist. So. Ja, und jetzt? Ich verstehe das gerade nicht. Hä? Ich verstehe das gerade nicht. Warum kann ich den keinen... Das geht. Aber warum kann ich den keinen Kristall benutzen? Hä? Irgendwie spinnt das rum. Hä? Ich verstehe die Stelle gerade nicht. Ich verstehe sie gerade wirklich nicht. Hm. Äh. Wie ging das nochmal? Wir brauchen die geeignote Wakelinge. Ich verstehe das mal. Muss der mittig sein, oder was? Hä, was hast du denn hier? Sag mal, sag mal an. Ja, lad. Einfach nur fokussiert zu werden. Muss ich meinen Fokus aufladen? Ich wüsste nicht warum. Was bringt es mir denn? Ich würde erklären, warum hier so viele kommen. Also irgendwie jetzt gerade kommt keiner mehr. Jetzt ist alles weg. Jetzt habe ich Ruhe. Na gut. Muss ich mit Magie aktiviert dagegen hauen oder was? Ich werde es versuchen. Wie spinnt mein rechter Stick? Ich weiß ja nicht. Jetzt geht es. Na ja. Na gut. Ganz komisch manchmal. Ganz komisch. So. Na gut. Ähm. Ich verstehe es nicht. Hä? Ja. Jetzt war er gerade fast richtig. So. Geht doch. Man muss so schnell genug sein. Ging nur gerade beim ersten Mal nie, weil ich immer eine Sekunde zu langsam war. Na gut. Dann haben wir das auch. Finde ich gut. Yay. Geschafft. Gut. Wir haben einen grünen Stein verpasst. Ich gucke mal ins Talentfenster. Ob wir irgendwas kaufen können. Sind ja nur noch die Reliktkräfte, die wir kaufen können. Und da fehlen uns 1300 jeweils. Okay. Mission fortsetzen.